ah ja die 1000 pokédollar die habe ich noch also wenn du hier komme ich bis zum pokémon center willst dann dauert es aber noch eine weile ja aber vielleicht schaffe ich es um gegner drum rum zu manövrieren so dass ich da eventuell einwärtig mindestens noch mitnehmen müssen scheimkleister der hat sogar den hätte ich nicht mitnehmen müssen hat sogar fünf pokémon ich bin schon wieder in die reingelaufen kann mich ja jemand mal warnen achtung jetzt nicht zurückgehen du hast immer das große glück genau dann dahin zu laufen will ich nicht hinschauen wenigstens habe ich dann zweimal doppelt bezahlt das hebt sich ja dann wieder auf so ein bisschen außerdem sind ja bloß 1000 pokédollar zehn euro werden fahren seine tasche stecken kann er hat auch so viel geld ja außerdem das sind hier bei visa floor ok die sind alle gleich weg so auf jeden fall das tonuktu ist auch geheilt ja bei was mache ich jetzt so bei bei silber mache ich da jetzt noch was weiter oder ja die arena wäre jetzt nicht den quatsch die arena ist noch nicht dran geht ja dieses gebäude daran genau also ich könnte eventuell hier ein bisschen was tun wenn es denn sein muss ich meine ich kann ja so lange machen bis ich auf den status quo komme der anstrengendste ort mit unter weil jetzt ständig die gleichen trainer kommen so radikal machen wir mit rasierblatt fertig hab mit glut passt alles mit rasierblatt radikalierblatt damit machen wir es radikal ja dann kann ich ja eigentlich hier auch noch weitermachen hauptsache ich komme erst mal mit rot noch gegen gegen dings du weißt schon gehen pokémon sind wir jetzt ja macht das ist ein paar bilder mit uns ist wieder ein kampf naja egal so wo bin ich denn hier gelandet ach so nee ich muss von fuji auch noch die dings nehmen die flöte grün hat exo immer noch hunger ich denke schon ja ich habe nichts gegessen in der zwischenzeit würde ich meinen war kommt da noch einer ich kann das leider nicht sagen denn ich war ja gleich so anfang kurz weg ja habe ich jetzt von dem die pukke flöte ja ich habe dich wahrscheinlich beeinflusst innerlich damit möglich ja ich habe einen ball geschmissen nein was keine flamme mehr nach raserei ja das besser meinst du blut macht er doch mehr oder also sie daneben anscheinend ja ja nur ist egal ok hier mal lang als ja das angebot mit dem eis steht noch was welches angebot mit dem eis wir haben von der ganzen welt darüber gesprochen dass jemand eis ist und du wolltest auch ich wollte auch ja ich krieg ein eis das wäre schwierig mit dem versand ich weiß nicht ob es bis dahin nicht schon weggetaut ist kann es nicht jemand her bringen wir wurden in der nähe abnehmen aber wieder stalker alarm apropos in der nähe wohnen ja ich hatte ja eigentlich gehofft dass ich eventuell bei dem rennen was hier in der nähe stattgefunden haben soll beziehungsweise was auch hier stattgefunden hat da wollte ich eigentlich mal im bild auftauchen das einzige problem die kamera die auf tatsächlich auch auf mich mitgerichtet war zu einigen zeiten wurde im deutschen fernsehen eigentlich gar nicht ausgestrahlt echt schlimm so was wir haben gesehen du warst dabei deswegen haben sie die kamera extra rausgelassen ja die haben gemerkt oh gott der den können wir nicht da drin haben in unserem schönen rennen so jetzt versuche ich hier irgendwie mal durchzukommen ohne irgendjemanden zu alarmieren erst mal in rot ich gehe unten lang deswegen ich glaube ich glaube ich habe mich niemanden der am pokémon ist wie so schlimm waren aber du kannst ja jetzt die ganzen sicherlich auch mehr okay ähm geht es so und tito schön wieso gemein will noch jemand ein eis haben mein eis gibt dreh dich um du dreh dich um der dreht sich nicht um doch das war ein gemeiner trick wo da ist eis ich habe ich habe ein eis im check gepostet kann sich jetzt wieder angucken ein eis ein gelatini nein das mit der kamera da habe ich trotzdem eins gepostet ist auch gut ja so und jetzt hier weiter da geht es durch ich versuche immer noch hier durchzukommen durch die trainer also im chat ja ich glaube mit jurat bin ich gleich da wo ich hin wollte ja genau jetzt ja und dann nicht ganz und dann nicht mehr so ist das so da unten dann würde ich einfach so machen ich gehe dann überall richtung pokémon center nächstes gelegenes ja das kann noch ein bisschen dauern je nachdem was er kommt naja so rankenheb da das müsste eigentlich überall einzelne nähe jetzt sein oder ja da bist du auch drin so hoch dann flammenwurf auf das rad fraz knecht ruprecht haben wir besiegt vielleicht bis zum nächsten pokémon center auch ja so und kommt schon kommt schon kommt schon die fugen starten sind unsere augen und ohren ja so da bin ich jetzt schon mal in einem pokémon center und habe angesprochen hier ist auch angesprochen alle grillen heute ja weil heute ist ein guter tag zum grillen auch gegrillt was irgendwie sehr paradoxes sushi grillt möchte ich meinen so hier kommt das nächste pokémon center schnell noch so wer wurde gegrillt und da haben wir da der hammer da das ist ja der hammer da so und jetzt übrigens hier überall pokémon haben wir genau da da perfekt gleichzeitig so naja mehr oder weniger einer ist nachzügler langsamste edition von allen sieht man immer schön im vergleich welche die zu dann ja das mag aber auch daran liegen vielleicht ist diese edition generell also vielleicht ist da einfach mein rechner zu sehr ausgelastet so jetzt machen wir erst mal safe staten auf position 0 oder so überall überall auf dem gleichen 0 kann man nicht gut naja oder zehn ist es dort macht ja nichts auf jeden fall auf den letzten platz so und safe game auf 10 so jetzt gucken wir noch mal ist das hier auch da da ist es gut dann ja würde ich sagen damit ist der stream für heute erst mal beendet es war doch sehr schön und ich sagen es war auf jeden fall sehr 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 also mein hirn ist überrascht dass du nach fast zwei jahren pause so schnell wieder reingefunden hast in dieses spiel oder die spiele dieses eine spiel ich fand es einfach als ein spiel zu kommen ja stimmt das haben alle zusammengegrillt steht da und einen moment es kommt gerade jemand dazu und ich mache schluss das ist gemein also entschuldigung an fräulein co naja dass es schon wieder vorbei ist ja es ist ja nicht das letzte mal ach und übrigens genau wieder also ich schreibe dann wenn ich raus bin auch noch mal in den chat wo ihr mich in skype erreichen könnte ich als ich das letzte mal gesagt habe da hat einer geschrieben ja ich bin mir nicht sicher ob das der richtige ist und ja genau hat wollte mich eigentlich mit einem exe insider anschreiben aber es kam nie was bei mir an so viel dazu außerdem hätte er das gemacht der ist übrigens gerade nicht im chat dann hätte ich ihm naja hätte ich mich so verhalten als ob ich keine ahnung hätte was er macht so jetzt will jemand eigentlich noch eine minute brauchen um den garadus und relaxes bei festzustellen ach so naja gut wir wollen wir dann noch über irgendetwas reden in dieser einen minute soll ich vielleicht noch mal dann hört man mich wieder nicht das tut mir leid so was haben wir denn hier eigentlich ich hab ich hab ich habe nachrichten auf meinem handy macht doch mal in den werbespot zu orba hat mir jemand geschrieben ja kann man in die planungsfahrung einarbeiten ja also wie gesagt wenn ich wenn 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 der stream vorbei ist dann bitte noch mal kurz warten für die leute die immer sonst fragen würde was ist denn dein skype ich finde es schön wenn leute fragen hast du skype einfach nur ja aber mehr nicht weil er wurde ja nur gefragt hast du skype vielleicht das leben für die stimmst es war ja nie das leben nein das kann ich leider nicht also ich kann nur eine begrenzte auswahl an liedern und dann auch nur welche die nicht zu schnell werden also es ist nicht so als wäre ich da so übelst der pro drin schade eigentlich ist sonst nix da trinkt war so was ist mit dem sprite ja das ist eigentlich die einzige gruppe warum wir noch auf sendung sind ja wir können ja auch hier professor eichs pokémon talk machen mit margit mit margit willst du meine margit sein das ist ein bisschen so aus und ob du ein brennende mit seiner haupte hart holt das liebte zeit können keine ahnung was das ist was ich besser und ein lieb Irgendein Lied Vielleicht passt du es ja dann dazu Lobby stoppt man dann wahrscheinlich wieder nicht Nö, warte mal, ich mach das jetzt einfach nur so Moment, jetzt hier Ah Nee Ich glaub meine Gitarre ist auch verstimmt Das kann ich hier nicht gleichzeitig Beziehungsweise unter sich selbst Ist sie ja richtig gestimmt Nur sie ist leider nicht auf richtige Töne gestimmt Ah, ich weiß jetzt woher das Lied ist Ich sag es aber lieber nicht Hm? Hat jemand im Chat geschrieben woher das Lied ist Oh, ich seh schon Nein 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 Eigentlich müssten links gehen Links? Ja, jemand Der Sprite Achso Was ja, also rein damit Ja Dann muss ich das zum Glück nicht machen Los, her mit dem Link Link Schnell Link Und zwar ich meine wirklich Link Nicht Zelda Nicht Garados Nicht Galaxo Buchstabe oder Zeichen für Zeichen rein tippen Ja Wenn es sonst nicht geht Wenn es sonst nicht geht, dann Ja Ist zu spät Apropos spät Ja Was ist jetzt? Ist er fertig? Ich glaube schon Also er will zumindest den Link reinsetzen Das große Highlight lässt noch nicht warten Ja, ich merke schon Falls das nicht gehen sollte, bitte dann wenigstens eine Nachricht reinschreiben Das war ja noch eine halbe Stunde Ja Ja, an sich so Das ist ja ganz schön Link vom Chat A Link to the Sprite Ja Das neue Legend of Zelda Message not sent Ah Ja, keine Ahnung Dann Vielleicht das Ganze bloß als Zahlen Nee Buchstabenkombination Und wir müssen so uns ungefähr Ausdenken, wie das funktionieren muss Ich würde es ja gern zeigen Ich bin jetzt nicht so doof, dass ich nicht einen Link erkenne Auch wenn er nicht wie ein Link geschrieben ist Aber ich fürchte, es dauert hier jetzt gerade noch Wird eh rausgeschnitten Als ob ich sowas mache Ah Pusch Pusch Okay Gucken wir mal Ey Mist Ist egal 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 Was auch immer Was auch immer im Chat gerade passiert Ist egal Dafür ist jetzt kein Äh Im Slash So, dann mache ich das halt jetzt mit der Maus Ich kopiere sonst nie mit der Maus Ich mache das immer mit der Tastatur So Okay Could not be found Achso Da ist noch ein Slash dazwischen Dann gucken wir mal Ich bin gespannt Ja Ah Ich darf mich freuen Ja, Moment Also Moment Was denn? Hast du es auch? Ja, ich bliebe Okay, ich schiebe es mal rein Für alle die Kriegst du es noch irgendwie so Ja, genau Psch Das ist echt gut gemacht Okay, und damit haben wir Galaxo In zwei verschiedenen Ausführungen Welches davon ist die Mega-Variante? Auf jeden Fall ein schönes Abschlussbild Auf jeden Fall ein sehr schönes Abschlussbild Also Galaxo Mein neues Maskottchen-Pokémon Das eine kann man in der einen Edition Das andere in der anderen Edition fangen Genau In der Gar- und der Laxo-Edition Pokémon Garados und Pokémon Relaxo Pokémon Glumander Okay Ja, dann haben wir das jetzt gesehen Also ist das schön Gut, dann würde ich sagen Ja, ich verabschiede mich Und dann poste ich nochmal Ich sage auch Tschüss Bye, bye